So steigerst du deinen Umsatz innerhalb von nur vier Wochen ohne Social Selling, ohne Cold Calls, ohne zusätzliches Werbebudget. Alles, was du brauchst, ist das System, was ich dir jetzt vorstelle. Ich heiße dich herzlich willkommen. In diesem Video erkläre ich dir, wie das Outima-System funktioniert und wie du damit innerhalb kürzester Zeit deinen Umsatz massiv steigern kannst. Alles, was du brauchst, sind Leads in einer Datenbank. Das kann dein CRM-System sein, das kann dein E-Mail-Marketing-System sein. Hauptsache, du hast ein paar alte Leads, die du möglicherweise schon vergessen glaubtest. Aber ich zeige dir jetzt, wie du genau diese Leads in zahlende Kunden verwandeln kannst. Und das Ganze ohne diese ganzen aufgeblähten Akquise-Strategien, sondern einfach und smart. Ich nehme dich hierfür mit direkt auf meinen Monitor und ich möchte dir einmal ganz kurz erklären, was die Ausgangslage ist. Denn die Ausgangslage ist, es gibt ja einen Grund, warum ein Lead in deiner Datenbank ist. Du hast also vielleicht einen Lead-Magneten gehabt, hast versucht, am Anfang was zu kaufen und es hat nicht geklappt. Oder du hast Menschen, die tragen sich für deinen Newsletter ein. Oder du hattest Menschen, die waren mit dir im Verkaufsgespräch oder haben eine Anfrage gestellt und sind im ersten Step nicht konvertiert. Die Frage, die wir uns jetzt stellen, warum kaufen denn die Leads nicht? Und es gibt ja hier nicht irre viele Gründe. Es gibt ein paar der häufigsten Gründe und das ist grundsätzlich Thema Nummer eins. Du hast das Problem, was der Kunde hat, nicht angesprochen oder du kannst es nicht lösen. Häufig ist es so, dass wir in unserer Argumentation immer über ein bestimmtes Problem reden oder über ein bestimmtes Problem Setup. Und wenn du genau dieses Problem besprichst, aber es ist halt nicht genau das Problem, was der Kunde gerade hat, dann kauft er natürlich nicht. Vielleicht hat auch im ersten Step das Vertrauen gar nicht gereicht. Jemand hat sich bei dir eingetragen und du wolltest vielleicht eine sehr hohe Summe haben und dafür hat das Vertrauen einfach noch nicht ausgereicht. Oder du oder dein Team, ihr habt nicht ideal verkauft. Auch das passiert natürlich, denn nicht jeder ist ein Star-Verkäufer, nicht jeder hat nur Star-Verkäufer beschäftigt. Vielleicht glauben sie dir auch nicht, weil sie dir keinen Expertenstatus anrechnen. Es kann sein, dass Menschen an dich dich zwar persönlich sympathisch finden, aber wenn es dann um das Business geht und du erzählst, wie du ihnen helfen kannst, oder auch privat in bestimmten Bereichen helfen kannst und dein Vertrauensstatus oder dein Expertenstatus einfach nicht ausreicht, dann ist das natürlich auch ein Kaufverhinderer. Und last but not least, dein Angebot ist schlecht oder schlechter als das der Wettbewerber. Das sind Gründe, warum jemand nicht sofort bei dir kauft. Aber ich werde dir jetzt zeigen, wie du all diese Probleme einfach lösen kannst. Der entscheidende Punkt ist, du brauchst mehr Touchpoints. Das ist zumindest einer der Schlüsselfaktoren. Und wir brauchen mittlerweile immer mehr Touchpoints, denn Menschen entscheiden sich immer langsamer. Es ist mittlerweile so, dass wir im B2B statistisch gesehen über 20 Touchpoints brauchen, bis wir die große Menge, also 80% der Interessenten dazu bewegen, bei dir einen Termin zu buchen oder etwas zu kaufen. Im B2C ist es etwas weniger, aber immer noch 14 Touchpoints. Vor einigen Jahren waren es noch 7 Touchpoints, falls du das mal gehört hast. Lang überholt. Warum ist das so? Nun, wir haben halt immer mehr Informationen, immer mehr Informationsquellen, immer mehr Social-Media-Kanäle, immer mehr Informationen, als wir brauchen. Wir werden überflutet und deswegen fällt es den Menschen schwer, eine Entscheidung zu treffen. Und sie bekommen natürlich auch viel mehr Vergleichsmöglichkeiten. All das spielt uns an dieser Stelle nicht in die Karten. Nun, du brauchst als allererstes, wenn du deine alten Leads reaktivieren möchtest, brauchst du diese vier Game Changer. Diese Game Changer sorgen dafür, dass Leads, die einmal bei dir nicht gekauft haben, in Zukunft durchaus bei dir kaufen. Beginnen wir bei dem Part 1. Du brauchst natürlich eine granjose Reputation. Die granjose Reputation kannst du erreichen, indem du beispielsweise bei Google-Bewertungen sammelst und bei Trustpilot, Proven Expert und wie die ganzen Portale alle heißen. Und du brauchst Kundenfallbeispiele und Videotestimonials. Das heißt, du brauchst Videos von zufriedenen Kunden. Falls du noch gar keine Kunden hast, dann würde ich auf jeden Fall die ersten Kunden kostenfrei annehmen, um Testimonials zu bekommen. Wenn du natürlich schon viele Kunden hast, dann frage bestehende Kunden, ob sie dir ein Testimonial geben würden. Wenn sie wirklich zufrieden sind, dann machen sie das auch. Das Zweite ist, du musst, wenn du mit deinen ehemaligen Leads kommunizierst, brauchst du natürlich die maximale Relevanz in der Botschaft, die du bringst. Und wann ist eine Botschaft denn wirklich relevant? Nun, wir können in deiner Datenbank sehr wahrscheinlich sehr präzise segmentieren und sagen, wer hat welche Historie hinter sich. Anhand von diesen Daten können wir sagen, wie generieren wir so relevante Botschaften wie nur möglich, um einfach dort keinen Streuverlust zu haben. Der nächste Part, Game Changer Strategie Nummer 3, ist die Anzahl der Touchpoints. Wie du gerade schon gesehen hast, wir brauchen mehr Touchpoints. Und genau das ist auch im Endeffekt ein großer Teil der Strategie, dass wir einfach mehr Touchpoints schaffen. Mehr Touchpoints heißt mehr Vertrauen, mehr Expertenstatus, mehr mentale Verfügbarkeit und Omnipräsenz bei dem Gegenüber im Kopf. Und das Ganze funktioniert vor allem dann, wenn wir die Emotionalität steigern. Und die Emotionalität steigern wir natürlich durch das Copywriting und weil wir dem Kunden andauernd die Frage beantworten, what's in it for me? Alles andere interessiert den Kunden nämlich nicht. Wenn wir diese vier Strategien grundsätzlich haben, dann ist deine Datenbank bereit, erobert zu werden und bereit, in Geld konvertiert zu werden. Und dann möchte ich dir einmal erklären, wie wir das für Unternehmen machen. Wir machen das im Done-for-You-Service. Das heißt, wir machen das wirklich als Dienstleistung und bauen genau diese Steps für Unternehmen auf. Wir haben hier unterschiedliche Stufen. Wir haben die Stufe Nummer 1. Wir optimieren mit dir dein Angebot. Warum? Nun, wir hatten es gerade schon. Einer der Gründe, warum du bisher nicht verkauft hast, ist, weil entweder dein Angebot schlecht ist oder weil es schlecht im Vergleich zum Wettbewerb ist. Es kann einer der Gründe sein. Das heißt, es macht absolut Sinn, dass wir dein Angebot gerade zu Beginn einmal optimieren. Denn ein optimiertes Angebot verkauft sich einfacher. Genau damit starten wir. Und die meisten Unternehmen, muss ich wirklich sagen, die machen unattraktive Angebote. Das heißt, sie haben Angebote, die sind absolut langweilig, absolut vergleichbar. Und es gibt eine Formel für perfekte Angebote. Diese Formel heißt oder besteht aus vier Bausteinen. Wir haben die Erfolgswahrscheinlichkeit. Die Frage also, wie wahrscheinlich hat dein Kunde, dein Klient Erfolg mit deiner Dienstleistung? Der wahrgenommene Wert, ebenfalls sehr wichtig. Der wahrgenommene Wert, der steigt durch unterschiedliche Faktoren. Zum Beispiel durch Verknappung. Ein Ferrari beispielsweise hat immer einen höheren wahrgenommenen Wert als der tatsächliche Wert in Metall und Technologie. So, das hat damit zu tun, dass die Marke emotional sehr stark aufgeladen ist. Wenn du jetzt ein Ferrari hast und dieser Ferrari kostet beispielsweise 250.000 Euro, dann wird er wertvoller, wenn er seltener ist. Du kannst Ferraris, die es in einer Auflage von nur zehn Stück gibt, durchaus für eine Million Euro pro Ferrari verkaufen, auch wenn der Metallwert identisch ist. Das heißt, der wahrgenommene Wert hat nichts mit dem eigentlichen Produktwert zu tun. Und das verstehen ganz viele nicht. Und das zu ändern ist ein gigantischer Change in deinem Marketing und in deinem Vertrieb. Ebenfalls versuchen wir unter dem Bruchstrich den Aufwand für den Kunden zu senken. Also was können wir dem Kunden abnehmen, dass er es nicht tun muss? Und wir wollen natürlich die Dauer bis zum Ergebnis, wie schaffen wir es, eine möglichst kurze Dauer bis zum Ergebnis zu generieren? Und zwar bis zum ersten Meilenstein. Auch hier hast du vielleicht schon ganz am Anfang von mir gehört, wir machen das Ganze innerhalb von nur vier Wochen. Generieren wir mehr Umsatz und wir nehmen dir den ganzen Schmerz. Du siehst also, attraktive Angebote haben etwas für sich. Und das Ganze funktioniert so, dass du, wenn du den Kundenwert oder die Erfolgsabwahrscheinlichkeit steigern möchtest, kannst du das Ganze durch Bewertung machen. Du kannst auch Garantien geben, so wie wir eine Garantie geben für den Erfolg einer Kampagne. Den wahrgenommenen Wert kannst du ebenfalls durch Fallstudien lösen, aber den kannst du auch steigern, indem du eine Lösung bietest vor und nach deiner eigentlichen Leistung. Bei uns ist es auch so, unser Kernbusiness ist relativ klein, aber da wir Kunden helfen, auch ihr Angebot besser zu machen und wir helfen auch Kunden besser zu verkaufen, lösen wir die Probleme vor und nach unserer Dienstleistung. Und dadurch werden unsere Kunden überdurchschnittlich erfolgreicher. So steigern wir den wahrgenommenen Wert. Wir senken den Aufwand für deine Kunden. Also die Frage ist, was kannst du übernehmen, was kann dein Kunde vielleicht dann nicht mehr machen? Wie kannst du es deinem Kunden so einfach wie möglich machen? Was kannst du eventuell weglassen, ohne dass es stört? Wie kannst du die Zeiten reduzieren? Wie kannst du Meetings zum Beispiel kürzer machen, Onboarding-Zeiten schneller? Wie kannst du dein Content besser verdichten, sodass dein Kunde nicht einen Kurs gucken muss mit 16 Stunden Videomaterial, wenn vielleicht auch 10 oder sogar 8 es tun? Also senke den Aufwand für deine Kunden. Und schaffe es, dass dein Kunde schneller Ergebnisse erzielt. Also wie schaffst du es, Ergebnisse zu generieren nach Pareto? Also kannst du eventuell Vorlagen nutzen, Templates nutzen, KI nutzen. Alles, was dafür sorgt, schneller herausragende Ergebnisse zu bringen, ist willkommen. Der Schritt 1 heißt also, mache Angebote, die du eigentlich nicht verkaufen musst. Schritt Nummer 2. Jetzt müssen wir natürlich ein Brainstorming machen und einmal ermitteln, was sind denn eigentlich die Herausforderungen deiner Zielkunden? Und wir machen das bei unseren Kunden so, dass wir diese Herausforderung so tabellarisch aufbauen. Das heißt, wir haben eine Herausforderung, wir beschreiben die, wir wissen, was für eine Videoschablone dafür sinnvoll ist, wir machen eine kurze Erklärung und dann wissen wir, okay, wir kümmern uns um diese Herausforderung. Und hinter jeder Herausforderung steckt ein Wunsch, ein Ziel und dazu gibt es natürlich passend dann auch den Wunsch des Kunden und das Ziel. Mit so einer Erarbeitung eines Brainstormings sind wir in der Lage, eine E-Mail-Serie so aufzubauen, dass wir kontinuierlich Wünsche und Probleme deiner Zielgruppe ansprechen und das Ganze priorisieren wir natürlich auch. Wir fangen immer mit den größten Problemen an, die die meisten Menschen in deiner Zielgruppe haben. Als nächstes brauchen wir Videos. Wir brauchen Videos, denn Videos erklären emotionaler und auch kürzer und knackiger und unterhaltsamer, was du eigentlich bietest und warum du der Experte bist, den deine Kunden verdient haben. Und um diese Videos genau richtig zu machen, geben wir dir Videoschablonen an die Hand. Wir geben dir also eine Videoschablone, hier siehst du das, das ist eine Warum-Fehlverhalten-nicht-wunsch-erfüllt-Schablone. Und in dieser Schablone erklären wir dir ganz genau, wie ist die aufgebaut, wie wird da einer Hook gemacht, wie ist der Inhalt strukturiert, wie muss am Ende der Titel und das Thumbnail strukturiert sein. Mit so einer Videoschablone kannst du spielend leicht Videos produzieren, die wir in der Kampagne brauchen. Und dann beginnt die Kampagne. Und die Kampagne setzt sich hier aus unterschiedlichen Elementen zusammen. Wir haben eine dreiteilige E-Mail-Serie. Und in der dreiteiligen E-Mail-Serie geht es ganz grundsätzlich darum, ein Problembewusstsein zu wecken, ein Lösungsbewusstsein zu stärken und das Anbieterbewusstsein auf dich zu lenken. Das heißt, in der ersten E-Mail adressieren wir das Problem deiner Zielgruppe und das Problem hat immer zwei Seiten. Ein äußeres Problem, zum Beispiel ich möchte meinen Umsatz steigern und ein inneres Problem, ich habe das Gefühl, ich bin kein guter Unternehmer, wenn ich einen bestimmten Umsatz nicht schaffe. Beide Probleme wollen wir targetieren. Das Ganze stärkt deinen Expertenstatus. Warum? Es ist psychologisch bewiesen, dass Menschen, die mit dir tief über deine Probleme lösen, dass wir denken, dass sie auch der Experte dafür sind. Das heißt, in dem Moment, wo ich dir erkläre, welche Probleme du hast und ich habe Verständnis dafür und wir reden darüber, nimmst du bei mir Lösungskompetenz wahr. Wir stärken damit deinen Expertenstatus. Und dann verlinken wir ein hochwertiges Content-Video, was dem Interessenten einfach das Ganze rund macht und sagt, warum müsste man das mit dir machen. In der zweiten E-Mail stärken wir das Lösungsbewusstsein. Wir adressieren hier also Ziele und Wünsche hinter dem Problem und wir machen Mut zur Handlung, wir stärken das Vertrauen und auch hier wieder packen wir ein Video von dir hinein. In der dritten E-Mail wollen wir pitchen und die Frage beantworten, warum sollte ich das jetzt eigentlich mit dir machen? Hier kommen wir jetzt mit dem ganzen Sammelsorium, Bewertung, Case Studies, Zertifizierung, USP, Alleinstellungsmerkmal und wir pitchen auf den Termin. Und dann haben wir hier immer direkt Conversions aus deinen bestehenden Leads, obwohl die Leads schon lange in deiner Datenbank sind, weil wir es einfach besser aufbereiten und in der Logik besser abfertigen. Und dann haben wir natürlich nach dieser E-Mail-Serie ganz viele engagierte Leads in deiner Datenbank, die die E-Mails konsumiert haben, aber noch keinen Termin gebucht haben. Und genau diese kontaktieren wir dann telefonisch. Und falls du jetzt sagst, ja, aber ich habe gar kein Telesales-Team, auch dafür haben wir eine Lösung, denn wir lösen Probleme vor und nach unserer Dienstleistung. Und wir helfen dir natürlich auch, wenn die Termine alle gebucht wurden, besser zu verkaufen. Auch hierfür haben wir ein Training, wo wir dir helfen, das Thema Setting, Closing noch besser, noch professioneller zu machen. Und wir geben dir sogar super etablierte Sales-Skripte direkt an die Hand. Was passiert nach so einer E-Mail-Serie? Diese E-Mail-Serie läuft innerhalb von einem Monat durch. Innerhalb dieses Monats generieren wir damit warme Leads, wir generieren direkt Termine und Abschlüsse. Und was passiert nach diesem Monat? Nun, wir machen das Gleiche von vorn. Wir haben jetzt ein grandioses Angebot, aber wir haben die nächsten Probleme und die nächsten Ziele deiner Kunden. Und so generieren wir aus deinem Bestand kontinuierlich immer wieder neue Anfragen, warme Leads und Aufträge. Ohne, dass du irgendwie Kaltakquise machen musst. Du musst nicht bei Social Media rumtanzen, kein Social Selling machen. Du musst keine Webinare machen und du musst auch nicht mehr Ads schalten, Meta aufbauen und so weiter. Alles nicht nötig. Du kannst all das, was du jetzt zur Kundenakquise machst, weiterhin tun. Dann generierst du nämlich immer wieder neue Leads und diese Leads laufen in dieses Outima-System hinein und werden veredelt. Das heißt, jeder Lead, den du jetzt generierst, wird in Zukunft mehr wert sein. Und so bekommst du deine Ergebnisse. Ich habe dir schon gesagt, wir steigern deinen Umsatz innerhalb von nur vier Wochen. Und zwar ohne diese ganzen bekannten Strategien, weil wir einfach mit deinen bestehenden Leads arbeiten. Und es ist verrückt, aber wahr. Wir geben dir eine Garantie. Wir geben dir eine Return-on-Investment-Garantie. Okay, diese Maßnahme mit uns wird sich für dich rechnen und das garantieren wir dir schriftlich. Und wenn du jetzt sagst, das klingt auch alles viel zu gut, um wahr zu sein, dann lade ich dich ein. Komm auf unsere Webseite und buch dir einen Termin. Wenn du auf unserer Webseite bist, siehst du hier direkt am Anfang das kostenlose Strategiegespräch. Hier drückst du drauf und dann fragen wir dich ein paar Dinge ab. Wir wollen natürlich wissen, wie heißt du? Wir wollen wissen, wie heißt deine Firma? Was machst du beruflich? Wie viele Kontakte hast du in deiner Datenbank? Und am Ende kommst du direkt zu unserem Online-Terminkalender. Kannst dir ein Gespräch buchen, auch mit mir persönlich. Dann lernen wir uns einmal kennen und dann kann ich dir auch nochmal die Details in diesem System genau erklären. Ich bin mir sicher, wir werden deine alten Leads alle reaktivieren und ordentlich Gold aus deiner Liste holen, was du schon gar nicht mehr auf dem Schirm hattest. Oh 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 Marketingmarite